Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir, Jungfrau Single, diese Legung mit dir teilen, um zu schauen, ob es eine Versöhnung gibt mit deinem Herzensmännchen, mit deinem Ex-Partner womöglich oder ob der Weg geebnet ist für eine neue Liebe. Jungfrau, ganz lieben Dank, dass du meinen Kanal abonniert, Likes, teilst, das Glöckchen drückst für Benachrichtigungen, dass du meinen Live-Chats teilnimmst, aber auch, dass du meinen zweiten Kanal Alenas Spirituals Live abonnierst, Likes, teilst und das Glöckchen drückst, damit wir schnell auf die Abonnentenzahl kommen dürfen, um die Live-Chats zu starten, um mit dir noch persönlicher in Kontakt treten zu dürfen. Okay, ganz, ganz lieben Dank. Habt ihr noch nicht meine Kanäle abonniert? Abonnent, abonniert sie in beiden Kanälen, werdet ihr die zusammengebündelte Nachricht bekommen, die euch gerade in dem Moment auf den Weg geben werden darf. Jungfrau, wir starten sofort. Single-Jungfrau, die eine Versöhnung mit ihrem Ex anstreben. Yes, honey. Es kommt zu einer Versöhnung. Du spürst den inneren Ruf schon. Es wird Gerechtigkeit gewalten werden. Warum? Weil einige Jungfrauen von euch, ihr habt vielleicht eine Distanz kreiert, habt euch womöglich getrennt oder habt gerade eine Kontaktsperre zu eurem Herzensmännchen, Wundpartner, Seelenpartner, okay? Wo du aber spürst, es gibt hier nochmal einen Weg. Also es ist noch nichts verloren. Beide habt ihr den inneren Schrei nacheinander. Es kommt eine Versöhnung. Jungfrau, ich habe diese Legung gerade auf Spanisch gemacht und ich war total fasziniert, weil die spanischen Energien ein bisschen anders ticken wie die deutsch sprechenden Energien. Aber es gibt hier eine Versöhnung. Als erstes geht es darum, Probleme zu klären, Konflikte zu klären, dir wieder ein bisschen mehr unter die Arme zu greifen, emotional, damit du nicht die gleichen Fehler nochmal machst wie in dieser Konstellation, die ihr bereits gemacht habt, weil ihr andere Leute erlaubt habt, auch in dieser Beziehung die Überhand zu nehmen, sich einzumischen oder Machtkämpfe habt ihr ausgetragen, whatever. Versöhnung, ja oder nein, definitiv. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann ihr euch gegenseitig bemerkbar macht, wann ihr dieses Gespräch habt von Herz zu Herz. Beide seid ihr in der gleichen Energie, auch wenn ihr gerade keinen Kontakt habt oder nicht fließenden Kontakt habt, aber es gibt definitiv eine Versöhnung für die Single-Jungfrauen, die definitiv eine Versöhnung mit ihrem Ex-Partner oder mit ihrem Herzensmännchen anstreben. Die Jungfrauen, die ihr im Zweifel seid, ja. Jungfrau, hier geht es darum, dass du erstmal mit dir selber im Einklang bist, ja, dass du erstmal in die Selbstliebe gehst, dass du hier auch dir selber als neue Version von dir eine Möglichkeit gibst, dich besser kennenzulernen. Du hast Zweifel, ob du zum Ex zurück sollst oder eine neue Liebe in dein Leben lassen darfst, okay. Hier sagt das Tarot, dein Kopf und dein Herz sind noch nicht im Einklang. Du bist noch nicht ganz in dieser Integrität drinne. Du bist noch nicht ganz in deiner ruhigen Mitte drinne, okay. Du bist noch nicht ganz in deiner Wunscherfüllung drinne. Es ist so wie, als ob du zurückgehen würdest, ja, für die, die im Zweifel seid, aufgrund der Abhängigkeit, aufgrund der Gewohnheit, aufgrund der falschen Wahrnehmung, Gefühle zu haben oder lieben zu wollen, diesen Menschen, wie auch immer. Wenn du unsicher bist, heißt das, es ist noch kein tausendprozentiges Urteil gefallen. Also sei dir bewusst, dass es besser ist, zu warten, ja, mehr dir die Selbstliebe zu widmen, okay, damit du mehr im Einklang kommst mit dir selber und dann werden sich die Türen öffnen, sobald du in deiner Mitte bist, ja. Entweder entscheidest du dich dann für einen Ex-Partner oder für eine neue Liebe. Aber erst dann, wenn du zu tausendprozentig sicher bist, die ihr noch im Zweifeln sind, sagt das Tarot, vertraue auf dich, vertraue auf deine Intuition, okay, komme erstmal mit Körper, Geist und Seele im Einklang und dann wirst du im richtigen Moment spüren, was das Richtige ist. Aber jetzt solltest du dich weder für einen Ex noch für eine neue Liebe entscheiden, sondern einfach nur zu der wahren Liebe zu dir selber, okay, in einer neuen Version. Die, die einen neuen Partner haben möchten oder sagen, Alena, ich möchte den Ex nicht mehr zurückhaben oder die Ex, Glaubensrichtung, Geschlechtsorientierung, Situation anpassen, bitte, okay, Leute. Gibt es eine neue Liebe? Nein, Honey. Aus irgendeinem Grunde ist dein Unterbewusstsein so programmiert, ja, im Moment, dass du Zweifel hast, dass du vielleicht in der Unsicherheit bist. Du kannst mir jetzt erzählen, ey, Alena, ich bin schon voll bereit für die Liebe. Ja, einige werden dir auch bereit sein, aber im Unterbewusst ist ein Teil in dir, der auf Ablehnung geht. Deswegen ziehst du keinen neuen Menschen an. Und wenn du schon jemand Neues angezogen hast, ist das nichts, was bleiben wird, okay? Jetzt nicht. Es ist jetzt noch nicht der richtige Moment, in eine feste Partnerschaft zu gehen mit jemand Neues. Warum? Weil im Unterbewusstsein ist etwas Geheimes in dir, etwas, was noch bereinigt werden muss, etwas, was noch saniert werden darf, etwas, was noch zum Ausdruck gebracht werden darf, okay? Du darfst hier wirklich bewusst und unbewussterweise noch ein bisschen in eine Vorbereitungszeit gehen, um wirklich am höchsten Punkt deines Seins zu sein, deine Aktivitäten mit dir selber zu verbinden. Das heißt, dich besser kennenzulernen, einen gewissen Reifeprozess noch abzuschließen, eine Transformation, wie wir das immer so schön sagen, okay, damit du einen Neubeginn hast auf absoluter, neutralen, harmonischen, perfekten Entwicklungsprozedur, okay, um hier die wahre Liebe zu finden. Es kommt eine neue Liebe, aber nicht jetzt. Nach einer Zeit der wirklichen Veränderungen des Neubeginns, die Stabilität, deine Ängste rauszulassen, deine Unsicherheiten rauszulassen. Nicht in einer neuen Partnerschaft die gleichen Fehler zu machen, wie in der Vergangenheit. Niemals einen neuen Menschen mit einem aus der Vergangenheit vergleichen, das geht gar nicht. Jungfrau, du bist so intuitiv, du bist so spirituell, du dürftest es eigentlich schon spüren, auch wenn dein Herz sagt ja, okay, oder dein Kopf sagt ja, aber dein Herz sagt nein, höre auf dein Herz. Jetzt nicht. Mache nicht die Sachen schneller, wie sie sein sollen, weil dann würdest du einen Fehler machen. Es können wieder Enttäuschungen kommen, Enttäuschungen über dich selber, Enttäuschungen mit jemand anderem. Und gib dir also ein bisschen Zeit, in die Selbstliebe zu gehen, in die Anerkennung zu gehen. Ja, integriere dich mit dir selber, bringe dich wirklich zum Ausdruck, Leute, das ist ganz wichtig, ja. Aber die Zweifel, die hier das Tarot sagt, ist einfach, Jungfrau, du verdienst so viel Liebe, ein Lächeln, eine Umarmung, so viel Wärme. Aber ganz tief in dir drin ist etwas, ja, was ausstrahlt und dich daran hindert, jemanden anzuziehen, der wirklich für dich langfristig bestimmt ist, mit dem du wirklich in eine gesunde Partnerschaft gehen kannst, Jungfrau. Es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Warte noch einen Tacken ab und dann transformiere erst mal, blicke in dich. Brauchst du Hilfestellungen? Okay. Schreib mich an. Alena Tarot als auch Alenas Spirituals Life, ein und dieselbe Handynummer für zielorientierte Therapien, für Blockadenlösungen, ins Urvertrauen zurückzugehen, für eine private Tarotlegung. Schreib mich an und ich bin gerne bereit, dir zu helfen, Jungfrau. Du verdienst es, glücklich zu sein. Aber entscheide Weise, entscheide dich erst für dich selber, gehe großzügig mit dir selber um, erkenne deine Kapazitäten, erkenne die wahre Schönheit in dir, erkenne wirklich, dass du auch bereit bist, etwas zu tun, etwas zu opfern, ja, um in eine Energie der Liebe zu kommen, wo du auch dauerhaft glücklich bist, okay, und auch dein Partner, deine Partnerin. Also es ist hier wirklich die Liebe zu messen, aber erst in die Selbstliebe zu gehen, Jungfrau. Und dann schauen wir weiter. Okay, Single, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Das Video ist zeitlos, egal wann deine Intuition dich zu mir führt, zu Alena Zarot, zu Alenas Spirituals Life, private Legungen, zielorientierte Therapien, ja, ihr wisst Bescheid, schreibt mich einfach an und kehrt wirklich in euch, Jungfrau, das Leben und die Liebe ist echt lebenswert. Gebt dem Leben die Farbe, die euch glücklich macht, egal welche Farbe am Start ist, aber denkt dran, seid gnädig zu euch selber, großzügig mit euch selber, geht nicht so hart ins Gericht mit euch um, weil wir dürfen alle mal einen Fehler machen, aber wir dürfen auch daraus lernen. Und jetzt ist die Zeit, in den Glauben reinzugehen, Jungfrau, deine Petition ans Universum zu schicken, ja, an die geistige Welt, deinen ganzen Schmerz zu geben, wieder in die Liebe, ins Vertrauen reinzukommen, damit der Weg sich ebnet, entweder für einen Ex-Partner, wenn du das möchtest, als Single-Dasein weiterzumachen und dein Leben erstmal zu genießen oder später in weiter Ferne halt auch jemanden, der komplett neu kommen darf, okay? Jungfrau, ich wünsche euch alles, der denke ich in Liebe, denkt dran, like, teilt, abonniert meinen Kanal, Alena Tarot und Alenas Spirituals Life, die noch nicht abonniert habt, ran aber jetzt, Leute, damit wir schnell starten können mit den Live-Chats, wo ihr ganz, 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 ganz viele andere Thematiken noch zu hören bekommt, aber absolut live, jetzt on the stage, aber wir dürfen noch ein paar, ja, Abonnenten dazu bekommen, also, ne, drückt das Glöckchen für Informationen, die ihr erhalten dürft, wenn ein Video von mir am Start ist. Eine Message, die absolut für dich ist. Jungfrau, ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns, bye. Bye.